so freunde ich würde euch gerne mal zeigen was passiert wenn man rang 100 also sprich die gesamte blutlinie gespielt hat also komplett bis zum ende und zwar habt ihr jetzt die möglichkeit von eurem rang 100 eine prestigestufe zu erreichen in meinem fall wäre das jetzt die dritte zwei habe ich schon das heißt 200 ränge hatte ich schon jetzt mit denen 100 wären es dann die 300 genau so was passiert aber wenn ich das mache erstmal gehen wir hier oben links drauf und dann sehen wir dass wir bekommen auf jeden fall nitro expressgewehr großfeldjagd quer mit zwei nebeneinander liegende läufen das auf mittlere entfernung die größte ziele zur strecke bringen kann verfügt nur über begrenzte munition das werden wir bekommen dann bekommen wir rollwerk reduziert den erlittenen schaden durch explosion und spreng glatzen hapun angriff um 25 prozent und dann bekommen wir noch 200 hand dollar so wir wechseln jetzt mal auf prestige mit dem man sieht was passiert so blutlinie prestige prestige setzt die blutlinie zurück auf rang 1 das heißt ihr müsst alles was ihr an waffen gelevelt habt wieder leveln oder wieder renken sämtliche hand dollar reguläre jäger und deren ausrüstung sowie reguläre freischaltung gehen dabei unwiderruflich verloren legendäre freischaltung blutmarken sowie freigeschalt der einträge in der bibliothek bleiben erhalten dieser vorgang kann ja kann nicht rückgängig gemacht werden bist du sicher ja was da oben steht dass die sämtliche hand dollar also wir haben jetzt hier gerade mal 223 wir kriegen ja noch geld dazu also sagen wir ja wir machen das so und jetzt gibt es noch eine extra prestige belohnung also wir können sagen wir möchten gern 2000 hand dollar haben was eigentlich blödsinn ist weil wir so und so geld bekommen dann könnten wir sagen wir wollen experience haben plus zehn prozent auf alle mission cps das ist gar nicht schlecht wenn man mal eine runde hat somit 2000 erfahrungspunkte sein bekriegt man 200 dazu ist ja nicht schlecht zufälliger legendärer gegenstand könnte man auch machen ich würde euch raten nimmt die erfahrungspunkte kann natürlich jeder so sehen wie er möchte kann ja auch die dollar nehmen oder eine prestigewaffe haben jetzt gehen wir mal auf auswählen so prestige belohnung plus zehn prozent haben wir bekommen genauso wir sind jetzt hier und ihr seht wir haben jetzt um 4000 dollar 4000 hand dollar zu bekommen so elektrische lampe rang 1 kampfwax rang 1 messer rang 1 also wir fangen wieder ganz von vorne an wenn ich jetzt auf lobby gehe und ich gehe mal auf rekrutieren ich rekrutiere meinen kostenlosen so und ich gehe mal auf modifizieren dann werdet ihr sehen dass viele waffen hier fehlen so wir gehen hier mal auf ablegen um das ganze noch mal ein bisschen sichtlicher zu machen so das heißt hier fehlen ganz viele waffen das sind nur die paar waffen die wir jetzt hier haben alle anderen sage ich mal muss man sich erstmal wieder freischalten und wieder leveln also ihr fangt damit die waffen der ganz von vorne an ja das ist das was ich euch zeigen wollte weil viele vielleicht neugierig sind sind was passiert bei rang 100 ja ich bedanke mich auf jeden fall für eure aufmerksamkeit ich hoffe der eine oder andere sitzt mit seiner neugierde befriedet und dann sehen wir uns im nächsten video und auf jeden fall zockt viel hand bis dahin ciao